Ja, man kann Schnecken in den Wald bringen, das ist kein Problem, aber das geht natürlich nur mit einheimischen Arten. Mit Ahmed wird es schwieriger, außer man lebt in Nigeria oder Ghana. Ansonsten darf er nicht in den Wald, weil er sonst alles kahl frisst und dann im Winter natürlich stirbt. Deswegen machen wir das Ganze schneller, wenn man die Schnecke erlösen muss. Okay, man kann ihn nicht aussetzen. Auf keinen Fall ist übrigens auch strafbar.